Auch das Erfolgsmodell Supernova Sequence von Adidas bekommt in der Zwischensohle eine Frischzellenkur. Wie beim Supernova Glide wird auch hier der innovative Boostschaum eingesetzt. Beginnen wir doch im Obermaterial. Das Engineered Mesh ist nicht nur für die Atmungsaktivität des Schuhs zuständig, es trägt auch zur tollen Passform und zum angenehmen Komfort bei. Zusätzliche Synthetik-Overlays geben zusammen mit der Mittelfußkonstruktion und der Fersenkappe sicheren Halt im Schuh. Das Highlight ist natürlich die Zwischensohlenkonstruktion. Hier kombiniert Adidas eine klassische EVA-Zwischensohle direkt unter dem Fuß mit dem Boostschaum. Du erlebst dadurch ein direktes und gleichzeitig komfortables Lauferlebnis. Das Boost-Material bietet dir eine höhere Energierückgewinnung als andere Zwischensohlen und überzeugt bei lockeren und flotteren Laufeinheiten mit seinen Dämpfungseigenschaften. Natürlich darf beim Supernova Sequence die Pronationsstütze auf der Innenseite nicht fehlen. Der Stable Frame verhindert, dass dein Fuß in der Abrollbewegung zu weit nach innen einknickt. Auch das Torschen-System für Stabilität im Mittelfußbereich wurde an den neuen Aufbau des Schuhs angepasst und unterstützt den Fuß in seiner natürlichen Bewegung. Für die Bodenhaftung ist die Außensohle zuständig. Sie ist mit Kontinentalgummi ausgestattet und bietet bei allen Wetterbedingungen beste Rutschfestigkeit. Mit dem Adidas Supernova Sequence 7 kommen jetzt Läuferinnen und Läufer mit Überpronation in den Genuss der Boost-Technologie. Bist du jetzt neugierig geworden? Dann komm in deine Runners Point Filiale oder bestell dir den Schuh hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.